GUNZKIRCHNERinnen und GUNZKIRCHNER Aufgrund der Corona-Pandemie bekommt heuer auch das traditionelle Mehlblasen eine andere Form. Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins GUNZKIRCHEN haben zu Hause in ihren Monumen den Marsch bei Nürnbergland von Sipp Neumeier gespielt und aufgenommen. Kapellmeister Christoph Gendelsdorfer hat die Aufhinein zusammengeführt. Mit dieser Videobotschaft möchten wir alle sehr herzlich grüßen und die besten Wünsche für den Mai 2020 übungen. Gleichzeitig bedanken wir uns bei euch für die langjährige und treue Unterstützung. Das beliebte Sommernachtskonzert im Juni fällt leider aus. Wir hoffen aber, dass wir bald wieder gemeinsam für euch und die Öffentlichkeit musizieren dürfen. Wenn es die Situation Ende November erlaubt, ein Erbskonzert zu veranstalten, laden wir euch heute schon sehr herzlich dazu ein und freuen uns auf eurem Besuch. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, viel Freude mit unserem Video und bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, viel Freude mit unserem Video und bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.